So meine Herren und Damen der Sonne, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in dem wunderschönen Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du eingeschaltet hast und mich unterstützt, aber das seht ihr ja immer wieder eingeblendet. Was für ein Ding? Pass, Oreo. Gehen wir mal hin. Ich wollte jetzt es nur kurz hören. Lord Sakai! Was ist das Problem? Mongols sind nahe, vorbereiteten, um zu streiten. Wir sollten uns in den Kastel Kanada evakuieren. Evakuieren und die Mongols werden dich unterhören. Nicht einer von euch wird leben, um die Kriege zu sehen. Aber wir werden nicht Blut an unseren Händen haben. Geh, sag die Stadt, deinen Plan für sie. Ich würde das sehen. Norio, ich wünsche dir, dass du über den VIII-Fold-Pathen mehr als andere Opinionen interessierst. Erstens folgst du Enjo um. Jetzt, Lord Sakai. Hast du schon immer für dich selbst gedacht? Wäsch' meinen Bruder aus deiner Mache. Enough! Norio und ich werden die Krieg machen. Jeder andere kann sich schlafen. Ich versuche, sich schlafen. Ich nehme nicht Leben. Aber ich bin kein Kaufer. Okay, was ist denn das für eine Kombi? Geister im Nebel. Wieder irgendein Lager befreien. Gucken. Ich scute das Village. Sehe, welche defensiven Vorbereitungen wir schnell machen können. Alle zu dir. Bereit, sie zu Schutz nehmen. Eine von diesen Rooftops muss gut funktionieren. Alle, wir brauchen Sie hierher. Bring your families, quickly. Bitte, alle. Hier ist es perfekt. Wenn wir nach der Schwab, werden die Leute verloren werden. Geh'en. Easy, Prey. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Okay, also hier ist immer alles durch. Und nur? Also? Also? Inscenze. Add black powder to the incense. Get the smoke nice and dense. Enough to use as cover. Norio and Hochi lead everyone to the temple. I'll deal with the Mongols here. They'll blame me, not the villagers. Achso, ich muss mit ihm reden. Marol, we've gathered everyone. Take them to the temple. I won't let you fight alone. If the Mongols go to the temple, who will protect these people? I'll do as you ask. Keep your Naginata ready. I'll owe you a jar of sake for putting up with Hochi. Everyone, Mongols are on the way. Follow me to the temple. The invaders will face the wrath of a samurai. Please, everyone, do as Norio says. We'll take shelter at the temple. I'll leave my arm. We'll leave the palace. Just be in the temple. Keep moving. Which the other is in the temple. Let's be attacked here, because of Tsushima. A bit more tact Squish here, because of Tsushima. That's tactics here, because of Tsushima. Get to the temple. Keep moving. Hold me. Oh, no. Was ist das? Ich muss einen Ort finden, um in der Stadt zu warten. Ich kann in eine Granarie schlafen. Sie sind hier. Jetzt um die Inscenze-Berners zu lighten. Ich hoffe, die Mongols mögen Schmuck. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein neues Stimmband Untertitelung des ZDF, 2020 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 paintsod 용en und z-re Rosen, 2022 Untertitelung des ZDF, 2020 θηowski des ZDF, 2020 ein sago also amo da savo müde von sarko also muss er hier irgendwo sein wir sind hier okay aber dann könnte man dieses lager hier noch mitnehmen oh alles laden da ist so ein brauer einer jep einer ronin Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Was ist das? Ja! Jawoll. Lager befreit. Lager befreit. Artefakt. Nice. Und man hat das auch erledigt. Hier fehlt noch ein Lager. Dann hätte man das Gebiet auch endlich befreit. Ich glaube, hier oben irgendwo ist noch ein Lager. Aber ich würde sagen, wir gehen zu Norio. Wow. Das war's. So, dann bin ich wieder. Machen wir den gleich. Komm, warte mal, sehe ich noch Gift. Was wir hier dringend brauchen. Ah, da unten ist er. Huh? Huh? Ah, da unten ist er. Oh, guckle, 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 guckle. Oh, guckle. Oh, guckle, guckle. Oh, guckle, 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 guckle. Ist er sehr gut für eurem Service? Wenn sie zu retten, dann töten sie uns. Aber der Geist und der Wächter wird das verändern. Was wissen Sie über Norio? Er wird uns zur Glück führen. Ich kann dich zu ihm nehmen. Okay, der Wächter Tsushima. Der Geist und der Wächter. Oh, ja, das klingt sehr geil. Dann gehen wir mal. Ja, aber nicht das. Was machst du hier dringend? Ich habe den Geist. Passt du, Sura. Also das klingt ganz so gar nicht nach Norio. Ganz so gar nicht. Okay, was ist hier los? Norio? Jeder. Gib mir einen Moment um zu sprechen mit dem Herr Sakai. Du bist gerade in der Zeit. Hier. Ich höre, du planstern, um den Cedar zurückzunehmen. Wir trainieren sehr hart. Sie sind bereit. Ich habe ein paar Gesichter hier. Von Akashima. Ich habe Messengere zum Kushi-Tempel, aber niemand kam. Nach allem, was wir da gemacht haben. Wir können frei sehen, das Tempel ohne sie. Oh, sorry. Das ist Norio. Wie stand der Weg? Irgendwas ist mit Norio los. Hm. Du denkst du, diese Leute kann zurückkommen? Wir können es mit uns selbst machen. Wir können es mit uns selbst machen. Warum riskieren sie ihre Leben? Ich bin. Nein, wir können keine Ahnung. Und ich kann es nicht so gut. Wir können es mit uns machen. Wir können es nicht so gut, wie sie sehen. Wir können es nicht so gut- cruel. Wir können es nicht so gut sein. Wir können sie diese Wahrheit nicht so gut. Wir können es nicht so gut sein. Wir können es nur eine Erachtung sein. Wir können es nicht so gut sein. Das Wichtigste haben. Ich bin mir die Erachtung. Das ist nirgends. Wir sind für den Kammel der Kammel, mit den Kammel! Wenn du den Kammel genommen hast, hast du es ohne den Samurais gemacht. Du musst du überraschen. Ich bin nicht sicher, dass wir die Kammel genommen haben, bis es fertig ist. Ich fühle mich das gleiche, ohne meinen Bruder und seinen Mann. Ich wünschte Angel hier mit uns. Sein Gehirn ist... Sie haben uns unterstützt, Norio. Sie haben uns unterstützt, Norio. Sie erinnern uns den Kammel. Sie wissen, warum wir für den Kammel sind. Sie sind froh, dass Sie für sie kämpeln. Sie sind froh, dass Sie für sie kämpeln. Sie müssen die Kammel entfernen. Hier! Der Kammel ist vorne, durch die Kammel. Haben sie keine Mönchchen verabschiedet? Nein. Einige Grund, warum ich ihnen gesagt habe, sie zu kooperieren. Sie reduzieren ihre Risiken, wenn wir in der Attacken. Das ist gut. Ja, Norio ist schon zu so einer kleinen Berühmtheit hier auf Tsushima geworden. Das stimmt. Er ist ja auch schon zu sowas mit einem guten Freund geworden. Das ist der nächste Fanclub. Nein. Es ist ein Helfer. Wir kamen so schnell wie wir konnten. Es ist gut, dass wir Kushi-Tempel mit uns haben. Zeder-Tempel, Akashima und Kushi stehen zusammen. Du attackst durch das Hauptgarten? Ja. Den Mongols attention, während die anderen flanker. Was willst du? Nicht mich. Hallo. Das ist vielleicht mein Plan. Aber du solltest kämpfen, wie du siehst. Alle von euch. Seid mir. Bleibt nahe. Das war schon дорог. ficiente großartig. Ob anybody komplett macht, Motors hatte. Observiert uns immer här conceit. Alle zuo宇benes. Ich gebe dir noch Antworten dass du siehst. iben%. Immern身嗎.